Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Myth Wukong. Heute höchstwahrscheinlich das Finale von Black Myth Wukong. Wir sind im sechsten Kapitel, im letzten Kapitel. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber ich denke, wir bleiben dabei, was ich gestern gesagt habe. Wir werden uns gottlos stark machen und da gottlos durchrasieren. Also Antizauber raus und abfahrt, Leute. Das gestern hat, denke ich, hoffentlich bewiesen, dass ich manns genug bin, hier mich jeder Herausforderung zu stellen. Aber es geht auch gar nicht mehr darum, sich der Herausforderung zu stellen. Ich habe mich ja schon bereits bewiesen. Jetzt geht es nur noch darum, die Story mitzunehmen und in die nächste Herausforderung reinzugehen. Ja? 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 Also, hört auf mich zu triggern. Hört auf mich zu triggern. Hör auf mich zu triggern, Staple. Hör auf mich zu triggern, ja? Hör auf. Nervt mich nicht. Hör auf. So, also Kapitel 6. Wir haben uns gestern schon die Cutscenes angeguckt. Manche sagen wohl... Also noch, noch habe ich, äh, mein Antizauber nicht, äh, geskillt. Wenn Antizauber an wäre, würdet ihr das sehen, dass meine Mana fehlt. Bro, was mache ich denn? Wieso kämpfe ich denn gegen... Okay, den will ich besiegen. Moment. Äh, 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 Antizauber erkennt ihr daran? Also, was ist Antizauber für die, die es nicht mehr mitbekommen haben? Was ist Antizauber? Nee, komm, hört mir auf. Lass uns den Müll haben. Also, ich hätte, ich mache die jetzt doch. Was ist, was ist Antizauber? Antizauber, ähm, also ich bin ein Spieler. Vielleicht hat man das schon in den letzten, äh, Parts des Let's Plays mitbekommen. Ich bin ein Spieler in Wukong, äh, der, ehrlich gesagt, auch in Elden Ring, der einfach wie ein, äh, Taijutsu, äh, Spieler spielt. Also in, in, im Jargon von, äh, Naruto. Was heißt das? Es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel Sensei Kakashi. Und Kakashi ist ja ein, äh, Ninja, der, äh, auf Kopierjutsu quasi spielt. Oder, beziehungsweise, ähm, kämpft, ja? Also er benutzt irgendwelche Zauberjutsus. Ninjas, die, äh, kein... Oh. Ninjas, die kein, äh, Zauberjutsu benutzen, die bezeichnet man, ähm, also die, die, die Jutsus, die man ohne Zauber wirkt, sind Taijutsus. Und, äh, Taijutsu heißt eigentlich, dass man quasi nur spielt mit seinen eigenen, mit seinem Fäust, mit seinem Körper. Bin ich noch live? Achso. Okay. Okay. Ah, das, die, war, das ist die Rüstung von dem Dings hier. Von Yaksha. Von gestern, Kapitel 5-Boss. Okay, anyways, das juckt mich nicht. Ähm. Also, ich spiele halt diese Spiele meistens als Taijutsu, äh, Abuser, ne? Und das ist halt kein Abuse, weil man macht sich das Spiel halt, äh, umso schwerer, wenn man halt keine Zauber nutzt. Weil die Zauber dich eigentlich ja immer stärker machen. Ähm. Es gibt, wie ich jetzt gestern herausgefunden habe, äh, Äh, der Initiator davon war der, äh, der, 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 der Toffifee. Er hat gesagt, es gibt ein, ein, ein Zauber, der alle deine Zauber blockiert, aber dafür deine, äh, Taijutsus stärker macht. Also deine Fäuste stärker macht, okay? Deine Schläge stärker macht. Und das ist eigentlich genau das, was ich spielen will. Also das ist eigentlich genau das, was ich, äh, was ich die ganze Zeit mache, ne? Klar nutze ich manchmal Lämen, ne? So ein CC und so. Aber das ist es eigentlich, ne? Anti-Zauber. Anti-Zauber nimmt dir quasi die Möglichkeit, Zauber zu wirken. Dafür macht es dich aber stärker, ne? Und andere würden sagen, boah, heftig, der spielt nur mit Anti-Zauber. Boah, das muss ein heftiger Ninja sein aus Konoha Gakure. Aber ganz viele Hunde in meinem Chat sagen, boah, wacker der Anti-Zauber-Abuser. Er kann ohne Anti-Zauber gar nix. Und indem sie das sagen, triggern sie mich. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt gerade nutze ich halt noch kein Anti-Zauber. Anti-Zauber würde mein Mana quasi komplett, äh, fressen, weil man ja dann keine Zauber mehr nutzen soll. Das blockiert quasi, äh, da drin, äh, dass du Zauber nutzen kannst. Und solange ich halt quasi meine Mana-Leiste, solange man die Mana-Leiste sieht, kann ich das nicht nutzen. Auch würdet ihr links sehen, da wo Lämen steht, dass da Anti-Zauber stehen würde. Habe ich halt jetzt nicht ausgerüstet. Wir werden jetzt mal reingucken, aber ich sag euch so, wie es ist, Leute. Ich will Anti-Zauber spielen. Ich will das Finale so spielen, wie ich es am Ende spielen möchte, okay? Und ich möchte Anti-Zauber nutzen. So, irgendein Boss. Zeig her. Oh, ja. Bad luck. It's a dead end. You nasty slaughterer! I let you be. And now you have the gall to show up. If you come at me now, this day will be your last. höchste aufseher in der hand also kommt Was ist das? Mann, musst du so schnell kommen? Oh, ich bin auch getroffen. Ah, Mann. Oh, ich bin auch getroffen. Ey. Was haben die ganzen Bosse jetzt mit diesem Reifen, ey? Jeder hat aber mal einen Reifen. Nein. Oh, Mann. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Mein letztes Leben. Ey, du bist so ein Bastard. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach so. Das war's für heute. Wie ist das Spiel so? Geil, Bro. Absolut geil. Absolut geil. Hä? Wo sind meine Realitäten hin? ach da so was ist das hier gewesen das verteidigung habe ich dann überhaupt max mana dings gehabt rarität hier donnerflammensiegel ja stimmt habe ich bekommen da können wir vielleicht verteidigung dafür aufgeben oder vielleicht angriff ich würde angriff sagen maximale mana hier kannst du aussuchen und danach wieder wechseln ja stimmt stimmt ja wir brauchen ja nur initial ja haben wir alles absolut geil massen kann ich nur empfehlen ich bin jetzt beim finale meine reise endet hier bald so dann sieht das ganze jetzt so aus also den boss den ich eben gerade beim ersten versuch schon fast besiegt hätte schaut mal jetzt was ich mit dem jetzt machen werde die acht tore wurden geöffnet 35 chancen jetzt ist die frage erhöht den angriff leicht oder erhöht den angriff bei erfolgreichen treffern mit der leichten angeschaut beträchtlich ich glaube dann sollte ich auch die auflader angriff damit habe nehme das hier mit lieber die fünf extra für alles let's go ihr seht ich habe kein mana mehr das komplett aufgebraucht ich kann keinen zauber nutzen den tiger der tiger ist besser sagst du weil ich den öfter proger ja man sieht halt nicht um wie viel er steigt deswegen bin ich skeptisch was bezeichnet sich heißt aber ja ist doch so wie allen linken oder da ist es eher dark souls weil es eher schlauch levelig ist okay erster hätte für dich zweiter hätte auch für dich dritter hätte auch für dich ok ich weiß nicht was ich finde ich bin sehr unvorsichtig weil ich halt ihnen wo du brauchen will sie bewegten sich jetzt so viel schneller als vorher ich weiß nicht Komm schon da jetzt! Okay, das ist scripted, ich dachte das war vorhin ein random Grab gewesen. Okay. 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 correspondents The Ha 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 ! For tun's gift it is ! It's wukong somersaults I was swinging my brain how to fret you But this savvy one is already on it . It must have been hidden here Ich bin hier in der Mist, bis sie die Relicke auf dich fühlt. Dank an ihnen, sie hat ihren Maastern gezogen und schlussiert deine Haut. Jetzt, dass sie mit deinem Begriff beantwortet ist, warum nicht das gut ausführen? Ha! Dein Gehirn ist zu schwer für mich, in meine Windform. All diese Händler von der Courten! Was zieht sie auf diese Mauten? Los geht's! Dürfen wir jetzt mit Jindujun reiten? Salto-Wolke. In Salto legt sie hunderttausend Meilen zurück. Beschwört die Salto-Wolke, spürt die Aura des großen Weisen und ist gewillt, dem Beruf des Außerkorn zu folgen. Doch obwohl sie weite Strecken zurücklegen kann, kann sie nur außerhalb des Gebiets des Huogai-Bergs können werden. WIeit? Zu? Nein! Wuuu! Wuuu! Das macht so Spaß! Oh mein Gott, wir können splinden! Oh mein Gott, das sieht so gut aus! Oh mein Gott, das sieht so gut aus! What the f*** bro! Ich hab mir das von jedem Dragonball gewünscht, Digga! Es gab mal einen Dragon Ball, wo du so fliegen kannst. Ich weiß nicht, mit Tenkachi irgendwas. Das sieht so cool aus. Wo sollen wir eigentlich hin? Boah, Leute, das mit dieser Grafik kombiniert sieht so pervers gut aus. Like, what the fuck, bro. Imagine. Allein deswegen würde ich das Spiel kaufen. Einfach mal, um damit zu fliegen. Hä? Hä? Was passiert hier? Wo kommen die alle auf einmal? Ich bin fast tot. Nein, er hat mir eine Fokuspunkte gefressen. Der fette ist. Hm, felsenfest behäst du also auch, okay. Der macht echt total viel Schaden, Digga. Okay. Ich gehe nicht. Woah! Ich gehe? Mein Gott, Digga, was ist das für ein nerfiger Flosch? Jetzt, jetzt hab ich dich. Komm her. Ich geh mal bunter. Komm her. Tod. Ich hab mir erhofft, dass das mehr Schaden macht. Kleiner, fette, du kleine, fette Sau, du. What the fuck? Daniel, danke. Danke. Einschlag noch. Ach. Pro, lang, bau, bau, Digga, was ist das? Tau, bye, bye. Digga, es geht noch weiter. Danke, Adlana. Nein, noch nie, Daniel. Und Schlafgut skippt, trock mal schönes. Und Schlafgut. Und Schlafgut. Nein, noch nie, aber nicht mehr. Und Schlafgut. Und Schlafgut Pereira. Egal, oder? Ich würde gerne schreien. Ey, das ist so eine coole Fortbewegungsmöglichkeit, ne? Ey, das hätten sie viel früher einführen müssen. Ey, überleg mal, das fühlt sich an wie so eine Open World jetzt. Nicht den Nieseboss, bitte. Ich würde kaum leben. Oh, unsere Spellwand, okay. Ich würde kaum leben. Ich würde kaum leben. Ach so, ich habe einen Deathcounter hochgesetzt. Ich glaube, mit 152 habe ich angefangen. Kann ich den Deathcounter hochsetzen für die Hand. Die hat mich, wenn ich mich einmal weggebummst, beim ersten Mal. Boss wahrscheinlich. Kann ich gerade nicht, Matze. Dragon Ball Z Opening, ja, geht gar nicht. Das ist Copyrighted, Bro. Ich werde jetzt sterben wahrscheinlich. Ich habe kein Leben mehr. Und auch keine Aufladung mehr. Und auch keine Aufladung mehr. Ich habe gar kein Leben mehr. Ich habe keine Aufladung mehr. Ich habe keine Aufladung mehr. Das war's für heute. Dracca, du bist so ein Hund, dass du's weißt. Geht's halt mit was, küsst dir die Hände. Ah, da gibt's einen Schrein. Oh, das ist aber krass, dass ich hier auferweckt wurde. Mh, warte mal, ich brauch gar nicht wechseln, oder? Doch, ich muss wechseln. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Gönn dir, gönn dir doch. Danke, Bracca, für den Subgriff an The Real Rage of War. Bist trotzdem mein Hund. Ich hätte den wahrscheinlich gewonetappt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gemacht hab. Ah. Der 4er Heavy ist, war crazy. 4500 Damage. 4500 Damage. Gönn dir raus. Und Abfahrt. Abfahrt. Guck, Habluft, guck. Guck, wie ich den jetzt kaputt mache. Danke, Rengo, für den Sub. Gönn dir, gönn dir auch, gönn dir. Vielen Dank. Sehr großzügig. Gönn dir doch. Gönn dir doch. Gönn dir doch. Zit. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Und ich. Das war's. Das war's. Das war's. Kröte. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Up. Das war's. Up. Das war's. 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 das hat. Das war's. 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 Ich muss. Okay. Passt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hatte mich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. gemacht. Das war's. 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 meh. 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 das war's. meh. das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wasserschleierhöhle. Ja, ja, ich folge ihm zur Wasserschleierhöhle. Ich habe das schon verstanden. Okay, äh, abhängig davon, wie stark der Boss ist, gehe ich nochmal in Kapitel 5 und hole mir noch die zwei Himmelsbänder, eventuell. Ich denke mal, 8 sollte es auch übergeben. Oh, mein Mann. Auch Wolke wie Son Goku, ja, ja, ja. Wenn die Wolke jetzt noch orange wäre und wir den Mod von, äh, mit Son Goku spielen würden, das wäre übel witzig. Ich finde, das wäre richtig gefeiert. Meint ihr den Wasserfall damit? Wasser, Schleierhöhle, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin so gespannt wer der Endboss ist, bitte sagt es mir auch nicht, also versucht doch bitte, also, was heißt versucht, bitte nicht spoilern jetzt Ich bin wirklich sehr gespannt, ich habe die Vermutung, dass ich gegen Wukong selber kämpfe, also Affe gegen Affe Das war jetzt mein Tipp Wer könnte es sonst sein, ich kenne die Geschichte von Wukong halt nicht so richtig Ich hätte vielleicht nochmal zum Schreien gemusst Das ist ein Stab Da ist ein Tigerpelz Er ist der Endboss, das Schwein Woher kommst du von, Outsider? In meinem Raum, alle Monkele sind von einem anderen Gesicht und Formen Dein Gesicht spricht von einer anderen Art und einer dumm. Du solltest du ein Yaoguai aus einer anderen Land sein sein. Ich habe hier noch nie gewandert. Seit dieser Reise hat nichts verändert nach so vielen Jahren. Er sagte das und sagte mir zu kneeln. Hier, auf diesem Seat. Die Waffe ist das Fünfer-Set-Teil von Wukongs Ausrüstung. Ah, hier ist es. Ich wusste es. Wukong ist festgelegt, sogar Guan Yin agrees. Er hat es hier gehalten, damit es zu einem anderen von diesem Kind verbreitet werden kann. Jetzt ist es Zeit für dich zu versuchen, Kind. Naja, habe ich mir schon gedacht, dass wir den Stab bekommen. Dieser Stab in deinen Arsch, just to bad. So wie er ist, in dich hinein. Aber in der großen Form, nicht so klein. Hat der Crit-Chance? Hat der Crit-Chance? Bitte gib mir richtig viel Crit-Chance. Ach, ich weiß nicht. Das ist ein wenig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir die Frage machen müssen. Aber. Bitte habt Kritsch-Krittschonks. Ich habe 35% Kritsch-Krittschonks im Anti-Zauber-Modus. Ich würde es feiern, wenn ich so 15% mehr hätte auf dem Ding. 6% Kritsch-Krittschonks, das ist schlechter. Das sind 6% weniger, der wird sich verarschen. Sorry, aber... Also die passiven kann ich nicht mehr nutzen. Also die Zauber, ich benutze Anti-Zauber, ich will das gar nicht denken. Aber der hat halt extrem viel Schaden. Die Waffe ist nicht schwächer. Die Waffe gibt mir 50 Attack mehr. Also die gibt mir 50 Attack mehr, aber dafür 6% weniger Kritschonks. Obst, gell? Die Schuhe gibt mir was. Was geben mir die Schuhe? Die Handschuhe geben mir viel Prozent Kritschonks. Oh mein Gott, das sind dann 2% weniger Kritschonks, dafür aber 50 Attack mehr. Naja, let's go. Können wir die Ausrüstung noch verbessern? Nein, nicht. Die Sache ist, wir könnten jetzt aber trotzdem noch Dings hier nehmen. Dann hätten wir wahrscheinlich 40% im Anti-Zauber-Modus. Aber 50 Attack ist halt schon extrem. Erhöht für die kurze Zeit nach dem, ja. Der vierte Fokus bleibt lange bestehen und sein Fokus verfällt nicht mehr mit der Zeit. Oh. Oh. Ist ne geile passive, aber die Zauber nutze ich halt nicht. Ähm. Okay. Gibt's auf dem Weg noch einen Schrein? Ich würd gerne noch mal kurz in die Stadt. Ich würd's angucken. Hä? Ja, Kritschon Gamble auf dem Niveau. Mh. 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 Oh Geil, Digga, what the fuck richtig gut Ghost, richtig gut Ich bin jetzt beim Finale, wenn du dich spoilern lassen willst Können wir morgend morgen auch noch Mal drüber reden Äh wenn's dir egal ist dann gesellig dazu schau dir das Finale an Oh, nice. Wir können genau Leben nochmal pushen. Sehr gut. Und noch einmal Verteidigung. Hab's immer schon komplett durch? Ah, okay, ja. Ja, ich war auf der Gamescom und deswegen habe ich ein bisschen später angefangen. Das finde ich leider ein bisschen schade. Aber ja, es ist, was es ist. Eventuell müssen wir noch für Flüche gehen. Mal gucken. Flüche Fluchresistenz. Ich frage jetzt, wann Reel ist endlich? Wie? Wann rede ich? Ah, ich brauch noch eine Duftrebel, ja. Nein, Weinwurm meine ich. Oh, ich hätte gerne einen Weinwurm, Leute. Doch, der redet in den Videos, aber nicht in den Dänksteam. Sonst so nicht. Try it as you will. Joy is what counts. Think of it as me earning a drink or two. ... ... Vielen Dank. 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 Okay. Okay, wenn ich jetzt den... Das ist... Beine... Ja... Oh, das ist... Das ist... Wait, war das... Ich... Ich... Wow... Ich... Das ist... Ich... Ja... Ich... Okay... Ich... Aber... Ich... ... Wow... Ich... ... ... Ich... ... 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 Wir sind nur fair-weather Freunde, das ist alles. Aber sie sind immer Freunde, nicht wahr? So, du sagst, so muss es sein. Diese alten Freunde. Ich denke, dass sie keinen von ihnen so gut sind. Ja, wirklich. Für die Jahre viele viele Züge gefeiert haben auf diese Erde. Aber von ihnen, wie viele haben die Allgemeine gefeiert. Wisst ihr warum? Injustice? Es ist niemals einfach. Fortschritte? Fortschritte ist einfach Humilität in der Macht. Na, vielleicht. Sie haben einfach nur meine Charme. Gäste sind sie, aber sie sind nicht. Sie sind mit wenig und verloren in Lust. Sie suchen die Ehe, aber sie mögen die Renauung. Sie sind für Freiheit, aber sie sind für Buddha. Sie sind immer beide. Aber niemand kann und niemand kann. So war die Folle der Bull King und Wukong. ... ... ... ... ... Ich hab Gänsehaut. Ich hab grad so... Tenet, Gänsehaut, von Christoph Nolan. I, ear, nose, tongue, body and mind, mind, it's mind. What did you just see? The three of us? That was the last one. Oh, I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes. And no. Come to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, five of his six senses endured and were taken by the Yaogwai kings. only his mind was lost. Mind is the first of the six. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on. You mean Wukong's gone for good. Never to return. You old bastard. You've been lying to us all this time. That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Also, now we are. We are the followers of Wukong. Yet the dangers and the mighty foes have been brave to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukongs name? He's not. Thorn Wukong is long gone. But... Deep Town... You know, he wasn't all that perfect. Now that he is dead... This one perhaps... I would really know how long the time is going to happen, since Wukong had this first battle in the clouds. From here. Krass, Decker. Here we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Soon Wukong left behind a broken shell. Stripped of all his six senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the six into one. Then, you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face the final ordeal. This is also Striker, Decker, from the video Awakening Striker. We can escort you no more. See it for yourself. You hear me, son? You can always run. You don't have to bear Wukongs name. Why do you need to be so big? Get out, bro. Bismillah. Bismillah. Bye. Das war's für heute. 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 Ich hab so Bock in League of Legends Bukong Jungle zu Main gerade. Bro, sie brauchen Wukong unbedingt in Video. Video Mobile hat schon Wukong, sie brauchen den unbedingt in Video als Charakter. So. 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 er hat die gleichen skills die ich hatte und mein stab ist nicht mehr der gleiche stab wieso ist mein stab wieso habe ich nur 3 fokus was war das auf deinen kopf du kleiner bastard atta ok das wird jetzt knapp nein Okay, das ist mit Abstand der coolste Fight, den es überhaupt in dem ganzen Spiel gab. Also no joke, der Move, wo er mich gegrabt hat, auf den Boden, sondern so gemacht hat. Komm her. Boah, Bruder. Çok güzel, vallay billahe. Die Frage ist jetzt, ich denke nicht, dass ich alles von vorne machen muss. Und mir ist noch eine weitere Sache aufgefallen. Und zwar musste ich meinen Berg-Eremiten-Modus von vorne aktivieren. Deswegen hatte ich keine mehr Mana. Und durch mehr Mana hätte ich noch mehr Damage gehabt. Aber ich glaube auch in dem Fall hätte ich das nicht geschafft, weil ich habe jetzt erstmal seine Patterns gelernt. Aber ich denke, jetzt könnte er in Kill-Range sein. Der Berg-Eremiten-Modus ist aktiviert. Okay, es geht direkt da los. Okay, es geht hier. Das war's für heute. Ach, das ist der erste, das ist der erste. Jetzt kommt der Richtige. Okay, verstehe. Das ist der wahre. Danke dafür. Wichtig. Raus aus deinem Kreis. Der Kreis macht dich stärker, ne? Ja. Ich hab's so Angst gehabt. Jetzt mach ich das mit dir. Ich bin dran. Hä? Was ist das für ein Dreier gewesen? Tausend. Und nochmal tausend. Jindojun? Bro, dein Ernst? Dein Ernst? Das konnte ich nicht. Das konnte ich auch nicht. Ich bin dran. 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 Das ist fies. Nein, Bro, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und leben. Ja, ja, ich stehe auf. Na, danke. 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 Danke, Sensei. Danke, Sensei. Ich mach dich stolz. Ciao. Ciao. Ach. jetzt sagt nicht nur ein pfeil jetzt sagen ich noch ein fight ich halte jetzt die fresse er zeigt mich noch ein fight was willst du noch lernen du hast doch schon alles jetzt sagt nicht du findest von meister kürte irgendwo eine magische bohne digga und wer ist noch mal jung oder so ist dann geiler fight das spiel ist so cool das spiel ist so cool es gibt es nicht egal ich weiß ehrlich gesagt auch gerade noch nicht welcher kampf cooler war der gegen wukong jetzt der war schon sehr sehr cool aber der tiger den man herausfordern kann im dorf das war auch ein geiler geiler kampf da die sechse relikte jetzt you must have heard tales about him some say he helps tongue monk fetch the scriptures was granted buddha hood and stayed on mount lingshan some say it was not him who was granted buddha hood auch irgendwie traurig dass der alte wukong stirbt he was already dead on the journey to the west beziehungsweise er ist schon tot sagt er gerade some say that the journey never happened he is nothing but a monkey who lives in some storytellers tolltale but now you will hear a tale which no one has ever known you him ihr ab goog er 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 Ja. Not gonna lie, das war das coolste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Also von den Kämpfen her, vom Style her, also scheiß mal auf die Grafik. Die Grafik ist nochmal so das i-Tüpfelchen, aber diese geisteskrank vielen verschiedenen Variationen von Bossen, aber diese geisteskrank. Das war's. 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 Vielen Dank. 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 Danke für die 10 Sub-Gifts. Ehre Mann. Ehre Mann. Ehre Mann. Danke für die 10 Sub-Gifts auch im Namen von Real Maxing, Ghosty, Aprox, Kinell, Zelda, Marius, Lucky, Hattie, Ibraven und Keko auch in der Namen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Secret Area machen. Und danach, okay. Okay. Und, okay. Und, okay. Und, okay. Okay. Und, okay. 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 Haltet mich an. Asche, okay. Asche, okay. Asche, okay. Höhe oder, okay. Und, okay. Okay. Und, okay. Und, okay. Ich erwarte sehr viel, ne. Wenn ihr sagt, die ist mit Marlenia vergleichbar, dann erwarte ich sehr, sehr viel. Von da aus runter, wo du den Stier gedichtet hast. Was? Er wartet nicht viel. Hast du ihn gesehen? Dann vorne an der Ecke links. Das war's. Also da ist jetzt mehr um die optionalen Botte geht, werde ich jetzt einmal hier alles durchskippen. Das Spiel hat eine deutsche Synchro, wenn ihr sagt, dass das Spiel eine deutsche Synchro hat, dann fick ich euch, ich schwöre es euch, ich. Gut. Okay, und nun, was ist das Ziel, was wir machen? Okay. Jetzt ist es nicht. Okay. Ja, kurzum, hab ich. Wohin jetzt? Lengo. Wohin? Ich bin schon da, ist schon fast. Was ist das? David, dann mach du das. Was ist das, brother? Ja, erzähl, erzähl, erzähl. Was soll ich machen? Warte, du musst reisen, dann erstmal zu so nem Reisepunkt. Ja, wohin? Warte, wie heißt das nochmal? Ich stream mal im Discord, dann kannst du's besser sehen. Smaragdhalle. David, bist du Rengo? David, bist du Rengo oder Just Too Bad? Just Too Bad. Ah, okay. Ich muss den Stream kurz mieten. Ja, komm mal, Discord Stream. Und dann meinst du Smaragdhülle? Smaragdpalast oder so heißt das, ja. Smaragdhalle, ja, hier. Ja, ja, genau. Boah, jetzt muss er erstmal ein bisschen laufen. Okay, sag an. Ja, einfach in den Palast rein. Mhm. Wieder bis hinten durch, wo es links raus geht. Hier links und dann links da hinten, ne? Ja, ja. Ja. Und du hängst noch beim, äh, beim Endboss? Ich hab den noch nicht, also ich hab den jetzt zehnmal versucht oder so, zehnmal reingeschissen. Wieso benutzt du nicht einfach Antizauber? Oh. Weil ich zu bad dafür bin. Ohne Witz. Ist ja erstes Souls-like-Game. Oh, ich hab so oft reingeschissen. Hast du Antizauber mal versucht? Na, hab ich noch nicht. Ich dachte, ich komm ohne den schon nicht klar, aber mit dem krieg ich doppelt aufs Mod. Naja, kann's ansprechen, muss aber nicht. Crazy. Okay, äh. Einfach durchrennen. Ja. Du sagtest, also, wieso benutzt du, wieso, also du hast Antizauber benutzt, aber was war das Problem mit Antizauber bei dir? Keine Ahnung, ich hab übertrieben Probleme, äh, mit dem Dodgen. Ha. Äh, hättest mal Schweinefleisch gegessen, wäre das nicht passiert, ne? Da rechts, wenn du da um die Ecke gehst, da steht der dann. Wieder. Hallo, double AK, salam. Den hier? Genau, wieder durchreden, ja. Hast du das schon gemacht, alles? Ja, ja. Aber den Endboss, hast du den Secret Endboss auch gemacht? Ich hab alles gemacht, komplett. Ach so, weil, ne, Secret Endboss, diesen Erling habe ich noch nicht gemacht. Oh, ich hab richtig viele Videos gesehen, der ist übertrieben hart. Echt? Ja. Und du? Äh, wieder zurückteleportieren zum Schrein? Boah, dann... Erlang heißt der? Okay, Erlang. Das klingt nach nem Drachen. Ist das ein Drachen vielleicht? Sag's nicht, sag's. Nicht sagen, nicht sagen. Äh, wohin jetzt? Äh, Aschegrauer Pass 3 ist das, glaub ich. Hab ich nicht freigeschaltet. Ehrlich nicht? Doch, musst du haben, safe. Ne, hab ich nicht. Ich hab Asche 1 und 2. Ach da, 3. Asche Pass 3, hier? Dann... Ja, warte, chill. Moment. 3, ne? Ja, 3. Okay. Kannst von ganz oben gehen oder von unten, ist mir eigentlich egal. Okay, wo längs? Da hoch. Also geradeaus, dass dieser Weg, wo die Kugel da war. Aber die Kugel ist ja jetzt kaputt. Ja, die ist weg. Und dann fast am Ende, auf der rechten Seite, war so ein Feuer. Da kannst du dann jetzt rechts runter gehen. Wieso kann ich, äh, keine vierte Kugel eigentlich, äh, mehr generieren? Wie? Ich konnte doch vier Fokus-Kugeln, äh, sammeln. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Gute Frage. Weiß das jemand, Chat? Geht nur beim Huago-Berg. Ah. Siko, du weißt... Sag mal, Siko, hast du das Spiel auch schon gespielt? Da vorne, wo dieser... Ah, du hast gelesen, was Rengu geschrieben hat, aber ich habe Rengu erfolgreich gedurnen wollen. Okay. Äh, ja? Wo der Berg kommt rechts runter, genau. Jetzt einfach... Ja, äh, warte mal, ist das Duftrebe da hinten? Boah, kein Plan. Äh, Rengu. Decker, shit, kleiner Bastard. Das ist ein Boss, ne? Soll ich ihn legen? Kann's machen, der ist optional. Du stockstcontrolled. Coş an? Du, das ist Zache, lähm continuit des T censts auf! Ich denke mal Ja, dass ich? Ich weiß. funschreiber Мы Te Kyuş, wir können Sie nicht mehr sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe noch auf Himmelsband. Okay, einfach durch, ne? Ja, da rechts runter. Kannst du auch links? Ne, links kann es glaube ich gar nicht. Und dann jetzt einmal links um die Kurve. Ja, da rechts runter. Ja, da rechts runter. Und jetzt? Genau? Rechtsrum? Links ist nochmal ein optionaler Boss. Ne, 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 war schon vorher links. Also jetzt hinter dir. Aber der ist unnötig. Ja, ich kenne mich an den Fuchs. Ja. 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 Da ist hinter dem Schrein direkt. Was ist hier? Der Secret Boss von 5? Ne, also es kommen noch 1, 2, 3, 3 Bosse. Oder so. Oder so. Oder 4. Ich erwarte wirklich sehr, sehr, sehr viel Leute. Sag ich euch ehrlich. Ich erwarte wirklich sehr, 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 sehr viel. Der Boss muss geisteskrank heftig sein, wenn er, wenn er, wenn er mich so, wenn er mich so hyped. Ach, den habe ich doch die Zähne mit Zahnseite poliert. Ja. Puffluff, also, äh, Deathcounter, äh, brauchen, brauchen wir nicht mehr. Eigentlich. Ja, ne. Eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Ja, ne. Huffluff. Hallo, Hardlurk, danke, Vollum. Ich mag Puffeln. Hast du Feuerrisi an? Lan, lak. Er isst mir nicht mal die Feuerresistenz wert. Ja, seppi. Komm, wir machen wenigstens den rein. Nein. Ich mag Puffeln. Ich mag Puffeln. Ich mag Puffeln. Die Feuerraschung. Ich mag Puffeln. Ich mag Puffeln. Ich mag Puffeln. Ich mag Puffeln. Der muss treffen Tschüss Okay, was nun? Jetzt muss er rechts mit dem Oxen sprechen, ja Ich skipp das noch mehr, wie gesagt Ich will jetzt nur einfach den Boss sehen Der war schon hart, aber ich denke Einfach ein bisschen Feuer-Reasy-Stacken Gar kein Problem Ist er gestorben? Ja, der ist tot F in den Chat, Leute Für die gefallenen Stier Jetzt hier durch? Ja Mach auf das Ding Jetzt musst du auch ein paar kleine Gegner kloppen Weil in manchen Kisten ist dieses Himmels-Seiden-Ding drin Mit Band Ich brauch zwei Stück für den Effekt Das würde ich schon ganz gerne freischalten Einfach mal, um zu sehen, wie schnell der Fokus sich füllt beim Laufen Ja, doch Ich meine, zwei kriegst du auf jeden Fall Und das könnte natürlich auch helfen für den Endloss, ne? Wenn er wirklich so krank ist, dieser Erlang Du kannst auch links, ja Mach den mal Ich glaub, der gibt auch ein Himmelsband Ich bin mir auch nicht sicher Wenn der Himmelsband gibt, Kuss Zu so'n Frosch Ja Jetzt wissen wir's nicht Ja, ich hätte null Also, ich kann ja gleich nachgucken Zeig mal, ob der Giel Meinst du, weil ich so viel Schaden mache? Das ist Anti-Zauber, Bro Das ist einfach nur Anti-Zauber Ja, Himmelsband Himmelsband Perfekt Noch eins Dann hätte ich das Die muss ich jetzt löschen, weil Die muss ich tüten Nö, nö, ich konnte einfach vorbei rein Die Rüstung kriegst du in Kapitel 6 automatisch, wenn du die Bosse machst Die Main-Bosse Das ist Bokonsrüstung jetzt Wobei diese Himmelsband kriegst du? Von welchem? Aus Kisten oder aus den Bossen? Just to battle David Beidem. Einen kriegst du, glaub ich, vom Boss und einer aus der Kiste. Weißt du, so ein blau leuchtender Typ. Oh, der kommt erst noch. Du kannst eigentlich an einem vorbei rennen. Da in der Kiste rechts kriegst du nur Schmutz, aber kannst du auch mitnehmen. Vielleicht ist da sogar eins drin. Wie kannst du mit der Lüstung spielen, wenn du noch in Kapitel 5 bist? Du hast doch vorhin gesagt, dass du in der Dings spielst, dass du noch in der Kapitel 5 bist. Mit der Lüstung, die Lüstung ist mir erst 6. Wo längst, rechts oder links? Hat sich, glaub ich, er übrig. Das war also rechts oder links? Einfach links rein. Warte mal, darfst du noch ein Skript rein? Ja. Ja, falls der Boss jetzt wirklich gleich so krank ist, dann... Also, ich hab viele Videos gesehen, wo die verzweifelt haben. Echt? Ja. Ja. Jetzt kommt in deiner Sammlung ein Video, wo du siehst, wie die Leute nicht verzweifeln. Ich hab so auf den Endboss gehofft, aber... Nee. Einfach zu krass. Also, ich muss sagen, da hilft aber auch die Erfahrung vor kurzem mit Elden Ring, ne? Ich hab in Elden Ring geisteskrank viele Stunden gesammelt. Ich glaub, am Ende waren's 150 Stunden. Für Main-Game und DLC, 150-200 Stunden. Mhm. Und das hat halt schon brutal trainiert, ne? Ich hab dann noch mal neu angefangen sogar. Ein paar Mal. Und hab halt dann auch komplett als Battler nackt gegen den ersten Boss gekämpft. Diesen Sentinel-Tree. Hab ich auch gelegt. Das ist auch so ne Challenge so. Ja, gut. Ich hab halt überhaupt keine Erfahrung. Und sag ihm das mit dem Stab, äh, 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 der Stab in dich hinein. Äh, Twisted Angel, ich guck gleich mal nach, nachdem ich den Boss gelegt hab, äh, wie weit ich bin. Also, ich bleib mir schon nicht, was ich gesehen habe. Ob unten und, und nupten? Äh. Oh. 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 Schade. Ihr hättet beide ne bessere Chance, wenn ihr... ...gleichzeitig angreifen würdet, ihr Idioten. Okay. Was ist das? Was ist das? Okay, wohin jetzt? Ja, einfach die Treppe hoch. Aber vielleicht bekommt sie jetzt auch eins. Oder auch nicht. Ja gut, dann jetzt... Wohin? Einfach vorbei rein, links. Hier mit dem Schnacken? Achso. Du wirst es wieder nur... Max HP oder so? Ja. Die Oster, glaub ich. Max Oster, ja. Wayne ist, die Folgen von Wukong kommen immer um 7.30 Uhr. Jeden Tag. Also, das ist dann die letzte Folge jetzt. Aber morgens um 7.30 Uhr kommen die mal online. Äh, ist bei Kapitel 3 der Secret Boss schnell zu holen? Boah, wer war das nochmal? Ah, stimmt. Wenn es eher lang ist... Ja, stimmt. Dann nein. Ja, die jetzt einfach alle klatschen. Dann hast du es. Dann hab ich was? Dann bin ich hier in dem Kapitel durch. Nee, dann hast du... Dein Himmelsband. Das ist links in der Piste drin. Ich muss jetzt... Ich will jetzt eher lang machen. Ich hab aber keine Ahnung, was ich für eher lang machen muss. Die Jungs guiden mich gerade da durch. Ja, wenn du den noch mitnehmen willst, den Vogel da. Dahinter gibt es jetzt noch einen Boss, aber du hast jetzt deinen Band. So, jetzt einfach durchlaufen? Musst du nicht. Also wenn du den letzten Boss noch machen willst, dann mach sonst einfach zurück zum Schreien. Ist der Boss heftig? Kommt drauf an. Der ist jetzt nicht über krass. Der ist gut, aber nicht über krass. Komm, ich will ihn sehen. Der ist übel hässlich. Ja, das mag ich am liebsten, diese hässlichen Viecher zu töten. Einfach da durch, ne, durch die Drücke hier. Ja, ja, einfach vorbeilaufen. Was ist in der Kiste da rechts? Boah. Ich glaub, da war nur Seide drin. Also diese goldene Farben oder so. Himmelsbrand brauche ich nicht mehr. Ich bin durch mit Himmelsbrand. Ich hab zwei Stück, damit kann ich jetzt den Helm craften. Und hab damit alles, was ich hier brauche. Ja, da ist der Boss. Einmal eine Rutsche runter. Guck, hast du noch eins. Hä? Dringend runterrutschen eigentlich. Ja. Lala. Habt ihr bekommen schon? Brudak, ich bin durch damit. Ja? Äh, ich bin durch damit, Brudak. Ich mach halt nur noch optionale Bosse jetzt hier. Ja, Erlang wollen wir jetzt machen, Brudak. Genau. Den suchen wir. Goldeuger Bischu-Bestie. Ach, hätt ich das dodchen können? Oh, kleiner Bastard. Das ist so gut, dass ich da gehalt hab. Ich glaub, wir heilen. Ach, du Scheiße, Bro. Ich krieg noch einen Death-Counter rein hier. Schlaf gut, Toffee. Toll mal schönes. Bin auch durch, aber mir wurde gesagt, wenn man Wokong, äh, tötet, kann man nicht mehr zu Erlang kommen. Mhm. Ja. Was testen wir? Was testen die star? Ja, ich bin nur noch für sie oder so. Was? Ja. Die starre. Oh, ich bin nur noch für sie. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Die sind alle so, die machen alle so viel Schaden. Das war's für heute. Bro, what the fuck? Der ist heftig. Ich glaub, ich stack mal ein bisschen Brandresistenz. Das ist ja geisteskrank. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch jemanden treffe, der wirklich, also das ist nicht mal Erlang. Das war's für heute. Vier Bein. Vier Bein. Ach ja, stimmt ja. Genau. Ach, der da. Hier. Ja. Warte, wir machen dann folgendes. Wir machen einmal... Jetzt, 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 jetzt lege ich ihn. Verrasten. Mit Spellbinder wird Erlang sogar noch härter, oder? Ist das so? Wieso? Der ist schon... Nee, 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 nee. Nicht sagen, bitte. Nicht sagen. Um Gottes willen. Nicht sagen, bitte. Nein, keine Sorge. Aber der ist schon echt krass. Ah, kann ich das auch? Das war's für heute. 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 Okay, äh, muss ich hier noch irgendwas machen? Nö. Jetzt kann ich überspringen. Das ist einfach wie dieser hässliche Teufel da geboren wurde. Ich kann nicht skippen. Ich bin gejailt. Es geht. Das war's für heute. Aber ich habe ihn nicht gesehen, seit dem dann. Er hat es eine andere Grund für seine Absenzierung gemacht. Rakshasi, dein Mann, der Scherke, ist ein Dishonor in dieser Weise. Er hat dir diese Kaffee mit dem Mount Bishue als Sentinel gegeben. Er hat genug verletzt, um unsere Master zu verletzieren. Du wirst deine Lippen auf das. Unsere Familie wird verletzt, wenn jemand die Wahrheit hinter diesem Kind wusste. Keine Ahnung. Der Scherke bietet mir einen Gehirn in secret. Du und der Scherke, wir werden diesen Kind in der Menschheit verletzen. Und wenn der Junge kommt, und der Scherke, und auf dem Tag, wird er die Scherke, die schmerzen Verletzungen von Mount Lingshan leben. Pavlov, hast du Erlang getötet? Oder hast du ihn gedodget? Einer, auf dem du wolltest schnell das Spiel installieren, damit du nicht auch noch in Versuchung kommst, Erlang zu töten, nachdem du sieben Stunden für Wukorn gebraucht hast. Okay, wohin gehen wir jetzt? Raus teleportieren. Also wieder zum Schrein. Und danach? Danach Kapitel 3 Verschneiter Weg. Wo ist Erlang? In welchem Kapitel? Der ist dann da. Achso. Ach, das ist Erlang. Kapitel 3 Endboss ist Erlang. Ja. Den, den ich gerade gelegt habe, ist Kapitel 5 Endboss. Äh, Secret Boss. Genau. Gibt ja 1, 2, 4 und 5. Und Erlang ist dann von 3. Und R2 hat dann keinen. Äh, ja. R2. Die Taste, R2. Ähm. Oh, das ist das. 10%. Ah, okay. Ich meine, an sich, 105 Schaden und 10%. Und man kann die dann auch upgraden, oder? Ne, Waffen kann man nicht upgraden. Das sind 10% und 105. Aber ich meine, das ist schon nicht schlecht. Ja. Das sind 4% mehr Crit-Chance, ja. Aber okay. Rüstung, was können wir Rüstung erstellen? Ähm, loll. Was ist das dann an? Ihr wird bei einem Schaden einfach da der Fokus. Ihr wird mehr Fokus, wenn der in den Zwang gebracht wurde. Äh, äh, Leid über... Wenn Schaden wird, dann wird, äh, perfekt außerdem für Leid jedoch... Bei weniger als bei 5.5. Cool. Kannst du nicht herstellen. Warum nicht? Also nicht das komplette Set. Und dafür brauchst du ein New Game Plus. Ah, ja, 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 ja... Sechs hat kein... Sechs hat kein Secret Boss. Right? Ah... Doch. Pavlouf, hast du Erlang getötet? Ja oder nein? Einfache Frage, mit Ja oder Nein zu beantworten. Wieso nicht Pavlouf? Der Secret Boss von 3. Paffi... 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 Es fällt immer noch ein... Wein... Weinwurm. Ach, fuck it ey. Also alle sagen Erlang ist Malenia. Pavlouf, wenn du so Vergleiche haben willst. Brawl Also Welche Rüstung ist jetzt aber besser? Ist die Wukong Rüstung nicht besser? Die hat halt 4% auf den Handschuhen Und die gibt mir Max Was mich auch wieder stärker macht Oh das ist jetzt natürlich die Frage Ich werde erstmal sehen wie heftig der Effekt ist Von der Fokus Aufladung Hier das sind 4% Hitchance So Zeig mal her Heftig das bleibt sogar stehen Okay das ist heftig Das ist heftig Das ist heftig Okay jetzt Kapitel 3 Neuer Besten Ja Und dann Genau Da steht der verschneiter Weg Vielleicht warst du da auch schon Du hast das keine Ahnung Ist aber nicht weit Der Boss ist ein Muss alleine was passiert Zu cool Und ich soll davon Mindestens einmal stirbt er Höchstens dreimal Leute Wacker Spielt Easy Mode Hat Easy Mode an Der wird den One tappen Wacker du wirst dich noch gleich freuen Und das meine ich nicht sarkastisch Hm Okay Ich bin gespannt Direkt rechts rum Über die Brücke Die 8 Tore sind geöffnet Ey das mit dem Dings Aufladen Ist so ne krasse Utility Das mit dem Fokus Und jetzt Raus hier Ja bei dem Breast vorbei Den Berg hoch Ach du Meinst du Ach du du meinst Ja dieses Haus da Ah zum Tempel Ja ich hab mich damals gefragt Was da ist Genau da hast du jetzt Alle Bilder Und kannst du dich Das letzte dann gehen Aber da siehst du jetzt auch alles Und da kann man erst Wenn man 5 Secret Boss getötet hat Ja du kannst theoretisch Noch einen Secret Boss machen In Chapter 6 Der ist aber nur Weiß ich nicht Optisch halt Krank Also ich geh jetzt gerade zum Ziel Das ist Erlang wo ich hingehe Das hier ist Erlang Das ist der krasse ja Hey Bro da drin gab es doch ein Dings hier Da drin gab es doch nur einen Stein Wieso hast du mich jetzt hinlaufen lassen Ich wusste nicht dass du da warst Ah Pavlov Ja Pavlov heul Bitte heul Bitte heul mehr Pavlov Welches Bild soll ich gehen Das hier Ganz oben Da wo keins ist Ja mit spielt mit Katzin und so Das Ending sieht man jetzt nicht mehr Das hier hat ja ein Ending Ich weiß aber auch die verschiedenen Endings nicht Also mit den Endings gucken wir uns aber auch gerne mal Also gucke ich mir privat dann Oder gucken wir uns mal im Stream an Auch so Alles noch so Wissenswertes Was man so verpasst hat Jetzt kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen Sagst du damals du willst das Spiel nicht zu einfach machen Aber hast du OP Bild gemacht Du Gauner Pavlov guck mal Das Ding ist Ich hab hier David im Voice David ist das David und Rengo im Chat Sind die besten Beispiele dafür Das Egal wie gut Egal wie heftig dein Bild Aussieht Wenn du mit dem Bild nicht spielen kannst Dann bist du trotzdem Trash Verstehst du Dein Bild ist nur so gut wie der Spieler Tamam Während Rengo und David David sich nicht vorstellen können Ohne Lähmungszauber Und Affenduplikate zu spielen Ist das für mich ein Segen So spielen zu können Sich mich nur auf mich selber zu konzentrieren Zu deutschen Ja ne Äh wohin Eigentlich darum Achso Ja Du kriegst über 6k Das stimmt doch gar nicht Wie lügst du jetzt Ähm mal abgesehen davon One Tap King Hab ich die Bosse auch schon Äh kaputt geschlagen Äh ohne Äh Anti Zauber Hat nur ein bisschen länger gedauert Die 8 Tore wurden geöffnet Wir gehen rein 29% Glitch-Chance Bin doch mal wieder weg ne Viel Spaß Du packst ihn schon Harte Ich küsse dein Herz Easy peasy Hau rein Ich hab grad überlegt Ob ich die 6% Glitch-Chance mitnehme Von dem anderen Stab Äh aber 50 Damage sind 50 Damage Das ist der Das ist der Boss von Mit dem Hund Von der ersten Cutscene Als das Spiel begonnen hat Endlich kann ich mich Bei diesem Hurensohn rächen Digga Der Wukong getötet hat damals Er ist der Grund Wieso es überhaupt Neuen Wukong geben musste Kleiner Bastard Komm halt die Fresse Halt die Fresse Ich will den Glauben nicht hören Du leiberst ja immer noch Ich will den Glocke Und jetzt Scheiße, da war gierig. 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 Schon ein bisschen nervig. Jetzt muss ich das schon wieder machen mit Lasten. Nein, 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 ihr könnt... Nein, nein, mach ruhig. Mach den Counter hoch. Mach den Counter hoch. Ist okay. Ich bin zu behindert, ne? Hallo. Hallo, verlass, moin. Grüß dich. Moment. Ach, das kann ich gar nicht so gleich machen. Ich kann auch den... Ja. Ich hab mal was gehört. Das testen wir jetzt. Guten Morgen. Stopp, 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 stopp. Woher die Idee mit dem Fächer? Woher die Idee mit dem Fächer? In Castro Harry schreibt, Schild geht easy mit dem Fächer weg. Dankeschön. Nämlich danke, na. Ich meine, ey. Also, ey. Also, ein bisschen, ein bisschen Spaß muss ich ja auch haben, Leute. Außerdem hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Boss. Ich werde alles in Ihre Erfahrung machen, was ich habe. Wir haben ein paar von diesen Spaß. Das ist alles. Ich werde euch zurückziehen. Also das mit dem Fächer war okay, muss das aber nicht unbedingt sein. Oh, shake it. Stars in the sky. My blade bolt to the air. Gail swift and shadow step. 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 I was just wondering, is our fight here or part of his plan? Digga, was daneben geschüttet? Gail swift and shadow step. 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 nicht daneben bitte nicht daneben bitte nicht daneben du dummer Affe Fibatrom 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 Scheißer Fächer Erwartungen erfüllt? Ja ist ein sehr sehr guter Kampf das ist der wahre Endboss ich spür das direkt also der wahre Endboss weil ich trotz meiner Spielweise hier mit für mich angepasstem optimierten Setup immer noch Schwierigkeiten habe Schlaf gut bis morgen Schau was schön ist Die Frage ist ob er noch eine zweite Phase hat Also wenn er noch eine zweite Phase hat dann scheiße dann gehe ich schlafen Schlaf gut Schlaf gut Ich habe gerade noch nicht verloren. Ja, das ist heftig. Also als erstes müssen wir die Goda immer wechseln, bitte. Also kann ich das überhaupt hier machen? Ich glaube ja. Dass ich da immer stehen bleibe, ist ganz ganz schlimm für mich. Also sag mal Chat, hat er eine tolle Phase? Drei sogar. Bekommt man aber wieder Leben full und wenn man stirbt, muss man dann immer wieder von vorne alles machen? Die zwei sind geschenkt, ok. Ja. 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 Das ist es. Ich will zurück. Nein! 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 Nein, das ist halt, das ist halt, das ist halt, das darf nicht passieren. Das ist halt, das ist halt, das ist halt, das ist halt. Du hast meine Geister, Monk. Wenn er in der Geisterung war, mit dem Speer mit Dahl, Kleber und Kudgel war Krummel, und zwar, er hat uns. Und zwar er hat seine Leben, um dich in diesem Ort zu legen. Let me see where the pie diverts from his. Better to start over. You can't evade. It's time to rest your weary self. It's heavy. It's heavy. It's heavy. It's heavy. It's heavy. Also, dass er mich one-shotten kann, ist halt heavy. It's heavy. It's heavy. It's heavy. It's heavy. Glück, ob ich das dodgen kann in dem richtigen Moment. Also ich muss das tanken können. Ich tanke das nicht weg. Ich könnte es tanken. Wir können es mal testen. Ich kann es nicht weg. Ich kann es nicht weg. Heißt es das, was ich denke? Kapitel 6 User. Ich kann es nicht weg. 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 Oh Do have some of this That's it I won't hold back from now Let's fight My game springs It's time to rest your weary self Yeah Ich wollte heute wirklich nicht so lange machen Leute Und ich denke an dem werde ich mich noch Stundenlang meine Zähne ausbeißen Ich werde Selbst wenn ich das Offstream weitermachen sollte Aufnehmen und auf YouTube stellen Als Bonusmaterial Ich würde aber gerne jetzt echt einfach schlafen gehen Weil ich möchte nicht schon wieder Eine Nacht bis 6 oder 7 Uhr morgens Wach bleiben wegen Wukong, Black Myth Deswegen Ich werde auf jeden Fall Wie ich den lege Eine Special Folge machen Ob es Onstream oder Offstream passiert Keine Ahnung Ist sowieso Bonusmaterial Und dann packe ich das extra auf YouTube Okay Ich will aber nicht einfach länger wach bleiben Das ist mein Problem gerade Ja Ich will Göttemüßigde Ja Auf jeden Fall Ich denke da werde ich noch locker so 1, 2, vielleicht 3 Stunden dran sitzen Deswegen Lassen wir es erstmal für heute gut sein Sonst wird es halt Es ist jetzt schon 4 Uhr morgens Ich will Mein Schlafrhythmus irgendwie fixen Leute Wie dem auch sei Jetzt schon mal kurz Fazit Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht Es hat eine sehr sehr schöne und hübsche Geschichte Also Hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Charakter von unserem Wukong gesehen Hätte ich bestimmt auch geweint am Ende Als ich realisiert habe Dass der alte Wukong quasi stirbt Und Oder tot schon ist Und Er jetzt der neue Wukong wird Heftig Also Eines der coolsten Oder das coolste Spiel Was ich jemals gespielt habe Die Animation Diese Kampfstile Die beiden Tiger Der Wukong selber Auch der Boss jetzt Also Ist schon echt cool gemacht So auch so diese Animation Wie zum Beispiel Wukong meinte So hier nimm deinen Stab Und steh auf so mäßig Aber auch der Tiger Äh Im Camp Den man herausfordern kann Mit dem Laub Wo er sich immer wieder versteckt Und dann wieder kommt Und der Einfach geiler Spiel Ich kann es Nur jedem empfehlen Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da Leute Ja Ich hätte selber 100 Euro auch gezahlt Für das Spiel Und Äh Hätte mich genauso sehr Also Wäre es mir wert gewesen Ne Jetzt mit dem was ich weiß Und Äh Ja Ich glaube Dazu habe ich alles gesagt Ne Wenn euch das Ganze gefallen hat Würde ich mich selber Einen Like Und einen Follow freuen Damit ich auch Irgendwie die Motivation bekomme Solche Let's Plays Öfter zu machen Ähm Aber ansonsten Top Spiel Hat Spaß gemacht Bitte Das nächste Heide Küsschen Küsschen Ciao Ciao Kaukau Ciao Kaukau Ciao Kaukau Ciao Kaukau